Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, Moment mal, was haben wir denn hier vorne? Hier geht es auf jeden Fall ein bisschen nach unten. Oh, was ist das denn? Ein Grab? Hier ist ein kleines Nutella-Männchen. Wo ist das hier insgesamt? Das sieht ja richtig lecker aus tatsächlich. Hallo Nutella-Männchen. Und es hat hier tatsächlich so eine Art kleines Grundstück hier unten. Was ist denn da los insgesamt? Hallo! Hallo ihr beiden, es kommt ein XXL Nutella-Tsunami. Könnt ihr mir helfen, meine Base zu bauen? Wir haben nicht viel Zeit. Oh, ein Nutella-Tsunami. Es kommt ein Nutella-Tsunami. Das ist bestimmt richtig lecker tatsächlich. Was ist denn da los? Okay, wir müssen uns auf jeden Fall sehr schnell beeilen, hier eine Base zusammen mit den Nutella-Männchen zu bauen. Was haben wir denn hier in den Kisten? Wir haben jetzt zum einen Nutella-Block. Stell das hier mal an. Lecker. Oh, das ist ja nice. Die nehme ich auf jeden Fall alle mal mit. Dankeschön, Dankeschön. Und dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar Lava-Eimer. Wir haben Laser, wir haben Alarme und Kameras. Okay, und hier haben wir, oh, Bezacken insgesamt und auch Schaufeln und ein bisschen Obsidian. Ich bin mir nicht ganz sicher, Katja, ob das Obsidian ja mehr aushält als hier die Nutella-Blöcke. Oder ob die Nutella-Blöcke stärker sind als der Nutella-Tsunami. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, Katja, wir könnten vielleicht eine Art Nutella-Glas-Base bauen. Dass wir hier eine Art Glas bauen, das relativ hoch ist mit einem Deckel obendrauf. Ich glaube, das wäre sehr gut. Wir könnten vielleicht, Katja, für den Deckel das Obsidian benutzen und für das Glas die Nutella-Blöcke. Wie groß wollen wir die Base denn bauen? Ich würde sagen, nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Nee. Können wir vielleicht so? Ja. Ja, dann machen wir das hier auf jeden Fall ein bisschen rund. So insgesamt vielleicht. Denkst du, das passt auch vielleicht noch ein bisschen länger? Moment mal. Ja, ein bisschen. Hier noch ein bisschen erweitern. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ja, das ist auf jeden Fall hier der Grundriss unseres Nutella-Glasses. Da mache ich hier auf jeden Fall den Eingang rein. Ganz genau so mittig. Sehr gut. Dann können wir auf jeden Fall Katja hier unsere Nutella-Glas-Base nach oben bauen. Vielleicht so hoch? Soll ich noch ein bisschen höher? Ja, noch ein bisschen. Und dann können wir hier oben dann aus Obsidian den Deckel drauf bauen. Und ich hoffe tatsächlich, dass hier die Nutella-Blöcke stabil genug sind. Ich bin mir echt nicht ganz sicher insgesamt. Dann können wir uns hier auf jeden Fall ab nach oben bauen. Wir haben auf jeden Fall noch Lava. Ich glaube, die Lava hält auch ein bisschen tatsächlich den Nutella-Tsunami auf. Das ist sehr gut. So und so. Dann geht es hier auf jeden Fall nach oben. Vor allen Dingen, Katja, müssen wir uns richtig, richtig doll schnell beeilen hier insgesamt. Hier kommt dann der Eingangsbereich hin. Vielleicht ganz genau auf die Höhe. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine sehr, sehr doll sichere Tür. Und zusätzlich, Katja, würde ich vielleicht hier vorne die Lava platzieren. Oh, das sieht sehr cool aus. Ich werde hier eine Art Lava-Graben buddeln. Moment mal. Da wird erstmal hier die ganze Erde abgebaut. Dann natürlich auch der gesamte Stein. Dann wird hier ein Lava platziert. Und ich hoffe, dass der Lava-Graben ein bisschen den Nutella-Tsunami aufhält. Ich werde den Lava-Graben vielleicht so groß bauen. Ja, noch ein bisschen in die Richtung erweitern. Ja, ich glaube, die Größe ist auf jeden Fall sehr, sehr doll gut. Okay, den Lava-Graben habe ich hier auf jeden Fall ausgebuddelt. Dann werde ich hier die Lava platzieren. Ganz genau so und so. Und ich glaube tatsächlich, dass der Lava-Graben schon sehr, sehr doll groß und vor allen Dingen auch tief ist, um den Nutella-Tsunami ein bisschen näher aufzuhalten insgesamt. Ich glaube, in der Kiste haben wir noch ein bisschen mehr Lava. Okay, der ganze Lava-Graben ist gefüllt. Da werde ich hier zusätzlich auf jeden Fall noch ein paar Wände platzieren. Ganz genau so aus Obsidian. Ich glaube, die sind auf jeden Fall sehr, sehr doll stabil und sollten den Nutella-Tsunami auch noch ein bisschen besser näher aufhalten insgesamt. So und so. Die Wände werden gebaut. Einmal hier auf der Seite. Und du brauchst dir auf jeden Fall das Dach ein bisschen weiter. Das gefällt mir auf jeden Fall auch schon sehr doll gut. Wände habe ich jetzt hier platziert. Zwei auf der Seite. Eine ganz große hier vorne. Und hinter der Obsidian-Wand sind noch weitere Wände. Da werde ich von hier unserer Nutella-Base bis hier zur Wand eine Art kleine Brücke bauen. Ganz genau so. Und hier in die Wand würde ich Lava platzieren. Ganz genau hier auf die Seite. Das sieht so, so gut aus. Ah, das ist alles so eine Art Wand. Eine Lava-Wand. Ja, ja, genau. Hier kommt eine riesengroße XXL-Lava-Wand hin. Ganz genau so und so. Die wird natürlich noch komplett hier auf der Seite erweitert. Und hier vorne auch. Und ich hoffe tatsächlich, wenn der Nutella-Tsunami hier auf uns zukommt, dass er durch die Wände ein ganz kleines bisschen gestoppt wird. Aber dann hier durch die Lava-Wand noch mehr gestoppt wird. Hier hätten wir den Lava-Graben. Das sollte auf jeden Fall schon alles sehr, sehr doll sicher sein. Und unsere Nutella-Base sieht hier super, super doll süß aus wie cool. Und Katja, wir haben hier einen riesengroßen Aussichtsturm. Was ist das für ein Strohhalm? Das ist doch kein Aussichtsturm. Wir gehen hier einfach Nutella rausschlürfen. Ja, das ist ein riesengroßer Strohhalm hier in unserer Nutella-Base. Es geht wirklich sehr, sehr doll weit hier nach oben insgesamt. So, ab nach oben, ab nach oben. Und von hier oben haben wir alles wirklich tipptopp doll gut im Blick. Dann werden hier auf jeden Fall die sicheren Türen platziert. Schau mal so. Ich denke bzw. hoffe, dass zwei Schichten Türen ausreichen. Obsidian kommt hier drüber. Sehr gut. Okay. Und oh, Katja. Der Nutella-Tsunami. Er kommt hier auf uns zu. Er kommt. Der sieht ja schon ein bisschen lecker aus, muss ich sagen. Wo ist der da los? Lecker. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Ich baue mich mal ganz kurz hier nach oben. Und tatsächlich. Der ist gleich schon hier bei uns. Schau mal. Der trifft hier gleich schon auf unsere Lava-Wand drauf. Okay, die ersten Wände werden schon überschwemmt. Beziehungsweise blockieren schon ein ganz kleines bisschen den Nutella-Tsunami. Wie lecker sieht der denn aus? Und hier. Oh, oh. Die Lava-Wand blockiert den tatsächlich ein bisschen. Nein, der geht. Der wird alles kaputt machen. Du, vor allen Dingen geht er oben drüber auch. Was ist denn da los? Oh nein, unsere Lava-Wand ist zu klein. Schau dir das hier mal an. Der Nutella-Tsunami fließt hier gleich drüber. Vor allen Dingen fließt hier hier an der Seite auch vorbei. Das war jetzt aber nicht so geplant. Stopp. Oh nee, auf der anderen Seite kann er natürlich auch vorbeifließen. Das ist ja absolut gar nicht gut. Oh nein, 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 nein. Der Nutella-Tsunami ist einfach viel, viel, viel zu groß. Und denkst du, Katja, dass hier unser Nutella-Class Base dem Tsunami standhält? Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht ganz sicher. Es sieht eher schwierig aus gerade. Oh nein, vor allen Dingen. Unser Aussichtsturm ist zu kurz. Der Nutella-Tsunami kann dort sogar drüber fließen. Haben wir doch zugemacht. Ich glaube, der kann einfach reinfließen. Ich habe da nicht zugemacht. Ich habe da auch nicht zugemacht. Der Nutella-Tsunami fließt hier drumherum. Hier ist auch schon alles überflutet. Ich flette da hoch ganz schnell, okay? Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Katja. Unser Lava-Fluss hier wird auch komplett überflutet vom Nutella-Tsunami. Oh nö, was ist da los? Wir haben so viel Nutella überall. Unser Aussichtsturm ist schon komplett überflutet. Okay, es läuft nicht rein. Es läuft zumindest nicht rein. Aber... Ja, ist sie denn? Katja, hey. Was ist denn da los? Die Wände sind alle überflutet. Er berührt unsere Base. Er berührt unsere Base. Ich komme rein, ich komme rein, ich komme rein. Was ist denn da los? Interessant. Oh nein, 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 nein. Okay, hier scheint alles sicher zu sein. Das Nutella-Männchen ist hier bei uns auch sicher. Katja, die Nutella-Blöcke, die werden brüchig. Nein! Schau mal. Was ist denn da los? Oh nö, hier kommt auf jeden Fall nichts rein. Ich sehe da oben das Nutella. Oh, was ist denn da los? Oh mein Gott, epic. Wenn es hier brüchig wird, haben wir ein ganz großes Problem. Das stimmt tatsächlich. Zum Glück wird hier unser Aussichtsturm nicht brüchig. Ich gehe mal ein bisschen nach oben klettern. Und hier oben ist tatsächlich der Nutella-Tsunami. Ich halte mal die Luft an. Oh, Nutella. Oh, ich sehe hier nur Nutella. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich kann auf jeden Fall oben auf den Nutella-Tsunami... Ich komme auch. ...nett drauf schwimmen. Andere da unten. Was ist denn da los? Oh, ich brauche Luft, ich brauche Luft, ich brauche Luft. Schnell nach oben, schnell nach oben. Aber ich muss sagen, Katja, unsere Base hält den Nutella-Tsunami relativ gut. Und dann, sie wird zwar ein bisschen brüchig, aber die Blöcke gehen nicht ganz kaputt. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. So es klebt. Und unsere komplette Base wurde schon überschwemmt. Ich sehe hier absolut gar nichts. Ich sehe nur Nutella. Ich habe eine Idee, Katja. Moment mal, vielleicht könnten wir uns eine Tauchausrüstung holen. Und damit viel besser hier durch den Nutella-Tsunami durchschwimmen zu können. Ja, das ist eine gute Idee. Und Tauchausrüstung habe ich. Und damit müsste ich jetzt ohne Probleme tatsächlich hier einfach durchschwimmen können. Und ich bin vor allem auch sehr doll schnell. Ich bin gleich bei unserer Base insgesamt. Man sieht auf jeden Fall auf der Seite meine Luft. Und ich kann jetzt hier... Ich sehe mich über dir, unter dir. Wie cool, wo bist du denn? Ah, da bist du. Hallo, Katja. Auch in Tauchausrüstung. Sehr gut. Und schauen wir hier unsere Base. Die wird zwar ein bisschen brüchig, aber hält dem Nutella-Tsunami sehr, sehr doll gut stand. Wir müssen sehr doll gut auf unsere Luft aufpassen, dass wir auf jeden Fall frühzeitig wieder nach oben tauchen. Warte, warte, warte. Ich komme zu dir. Ich sehe hier überall nur Nutella. Was ist denn da los? Hier geht es nach unten. Hier ist auch überall Nutella. Und tatsächlich... Was ist denn da los? Die Türen sind zur Hälfte kaputt gegangen. Also die sehen irgendwie seltsam aus. Oh nein. Warte, warte, warte. Hier geht es rein. Oh, der kam ein bisschen rein insgesamt, Katja. Ach du jemals. Oh, die Türen. Ich mache mal ganz schnell hier zu insgesamt. Äh, so. Okay. Hier können wir noch eins offen lassen. Was ist denn da los? Okay. Das hat aber wirklich sehr, sehr doll gut geklappt. Ich muss sagen, hier unsere Nutella-Base hat dem Nutella-Tsunami sehr, sehr doll gut standgehalten. Und mit unserer Taura-Ausrüstung können wir jederzeit hier durch den Nutella-Tsunami einfach durchtauchen. Das stimmt. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.